Okay? Okay, viva! Tonnenbrat muss Barcelona! Einmal eine Currywurst mit Pommers. The best ever! Und ein super Veggie-Burger mit hausgemachten Hummus für unseren wunderbaren Jürgen. Und jetzt mal gucken. Soll ich sie mit drauf holen? Okay, da sind wir beim Hübschen. Olé! Space! Out of Space here! Ah, sind wir jetzt voll drauf oder was? Geil! Olé! Na gut, Jürgen, willst du noch was sagen? Ich wollte nichts mehr sagen. Guten Appetit allen zusammen! Viel Spaß beim Anschauen und ich sag Prost! Okay!